Das war ne Kampfansage. Ich werde nicht ernst genommen. Rumatra ist gestorben. Wir haben ne Base gefunden, die direkt unmittelbar in der Nähe ist. Die muss geradet werden. Alles, alles, alles Räubern, alles Räubern, alles raus. Denk an, wir müssen da rauskommen. Sehr geil. Sehr geil. Alter, wir haben so viele Türen. Deutsche Labyrinth. Achso, ja, guck mal hier. Ne, warte, da war's schon richtig. Schau mal hier. Hier hab ich einmal drumherum gezogen. Einen kompletten gepanzerten Stahlring. Wirklich nochmal gehannikomt bis zum Gehtnichtmehr. Dann hier nochmal. Kompletter Stahl gebaut. Also auch die, ich muss dir dazu sagen, hier oben die Decke von dem Stahlring ist nur aus Stein. Aber das Ding ist, wenn man sich von oben reinbaut und im Stahlring getrappt ist, ist man eh dumm. Weißt du, was ich meine? Also von daher ist es okay. So, dann hab ich hier nochmal zwei Garagentore. Die waren ja schon da, ne? Dann hab ich nochmal ausgebaut und hier alles aus Stahl gemacht, wie du siehst, ne? Damit man, wenn man von vorne, von vorne durchbreacht. Dann hab ich hier unseren TC komplett in Stahl eingebaut mit einer separaten Tür. Das hat er mich gesehen. Das ist geil, oder? Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich lerne nämlich jetzt gleich die gepanzerte Türe. Und die machen wir dann hier ran. Und dann panzern wir den nochmal komplett in gepanzert. Weißt du, was ich meine? Dann ist der wirklich relativ safe. Ich überlege aber heute noch trotzdem, die Wände hier, die Steinwände zu Stahl zu machen. Weißt du? Also die hier komplett einmal. Ja. Hier unten. Und komm mal her, Romatre. Eine Sache, die wir auch machen sollten. Schau mal hier. Wir sollten überlegen. Ja, hallo? Wir sollten überlegen, das Regal hier wegzumachen und hier nochmal eine separate Stahlschleuse hinzumachen. Falls man, weil theoretisch, wenn man von hier, ne? Hier sind sogar noch Holzelemente. Guck mal hier. Das muss auf jeden Fall noch zu Steinen maximal geändert werden. Am besten auch Stahl. Wenn halt jemand reinkommt, irgendwie von hier unten zum Beispiel. Guck mal hier. Hier boostet sich jemand hoch oder so, weißt du? Dann ist das ziemlich lost. Das heißt, wir haben jetzt gerade, komm mal her, lass mal kurz auf den Upkeep gucken. Guck mal hier, wir haben gerade einen Upkeep von 4000 Stahl. Ich gucke aber mal ganz kurz, was wir oben noch in den Öfen haben. Genau, das wollte ich machen. Und dann upgraden wir unten zumindest nochmal ganz kurz die Wände, ja? Dann haben wir das nämlich hinter uns. Guck mal, ich wollte die hier noch upgraden, alle auf Stahl, weißt du? Das finde ich gut. Das dauert sich bestimmt. Ich glaube, da kann man schon mit arbeiten. So, du willst tauchen gehen. Dann ziehe ich mir eine Neopren an, oder? Ja. Bei Regenwetter tauchen gehen. Was für eine Sch*** Idee, Alter. Da schlägt der Blitz an und wir sind tot im Wasser. Warte, hast du eine Kopflampe, Romatra? Klar habe ich eine Kopflampe. Die funktioniert unter Wasser nicht, ne? Ja, ich habe aber ja noch da, also ich habe ja noch deine Taschenlampe, habe ich ja auch noch. Ich habe auch noch mal Fackeln dabei, falls das nicht funktioniert, ne? Digga, es blitzt und donnert, Alter, wir verrecken doch hier. Lass mal hier ein bisschen tauchen. Lass mal ein bisschen tauchen jetzt schon, lass ein bisschen tauchen jetzt schon. Sicher? Ja, wieso nicht? Komm, lass mal ein bisschen tauchen. Romatra, wir sehen gar nichts. Ich sehe absolut nichts, das ist richtig. Lass mal warten, bis es hell ist, oder? Anscheinend. Anscheinend gibt es Schätze nur unter schwimmenden Flaschen. Schrott. Wir müssen schwimmende Flaschen finden und dann, ja. Da vorne, da rechts, da rechts, da rechts, da. Guck mal, ich habe es gespottet, Romatra. Hier, guck mal, da schwimmt doch was, siehst du? Da gibt es keine schwimmenden Flaschen. Ne, da schwimmt doch so Müll hier, guck mal. Oh, true, da ist Müll. Alter, den scrappen wir weg, oder? Was sagst du? Das scrappen wir weg, ja, und dann tauchen wir da auch ein bisschen, oder? Ich fahre mal weiter, ciao. Alter, man kann auf dem Algeteppich hier sogar stehen. Und hier sind jetzt Schätze drunter, oder wie? Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Romatra? Gut, da habe ich jetzt wohl... Das Boot ist anscheinend... Ich sage es ihm einfach unter Wasser. Romatra? Ja? Hast du den Schatz? Ja, ich habe den Schatz gefunden. Das Boot ist abgesoffen. Echt jetzt? Ja, ja, da hat ein Hai, der hat das Boot gebissen. Aber Romatra, soll ich dir was sagen? Den größten Schatz haben wir doch schon. Und das ist unsere Freundschaft. Ach komm, halt's mal. Oh, da schläft einer, Romatra. Hier ist einer. Hallo? Darf ich den einmal mit Hammer auf den Kopf hauen? Ja. Ja? Okay. Ich habe schon nur einen. Ich darf auch einen machen. Lass den irgendwas ins Inventar machen, was so voll nervig ist. Warte. Hey, hier hat einfach wer reingebaut. Hier hat jemand seine Base reingebaut. Was soll das denn? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hey, ich gehe immer looten. Romatra? Hallo? Mann, was willst du hier? Verpiss dich. Das ist mein Loot-Spot. Ne. Was soll ich scheiß... Wer ist da drin überhaupt? Wessen Base ist das? Hallo, hi. Wessen Base ist das hier? Wir Monkeys, hallo. Ja, was drin besteht euer Team? Ich bin gerade Solo hier. Warum? Okay, weil wir sind nämlich zu zweit. Okay, das ist natürlich nicht so. Optional. Und ich sage mal so, wir sind noch bewaffnet. Wir wollen keinen Stress. Komm, wir gehen zurück. Okay, ciao. Wir werden dich... Nee, 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 Revi, komm. Wir lassen dich für immer in Ruhe. Wir lassen dich für immer in Ruhe. Wir kommen nie wieder zurück. Nee, nee, wir kommen hier gleich mit C4. Wir werden einfach mit C4 zurück, dann f***en wir den. Ey, Romatra, wir werden dir gleich so hochkommen. Ja, klar. Wir werden dich hochnehmen. Wir sprengen den, Junge. What the f***? Ja, wie viel C4 brauchen wir? Das war eine Steinwand. Zwei. Zwei C4. Romatra! Romatra! Okay. Jetzt wird der erst recht gef... Das war eine Kampfansage. Das war eine gottverdammte Kampfansage. Wir f***en den. C4, Leitern, Flammenwerfer, das Holz oben. Romatra, ich hab's geschafft. Wir müssen attacken, Romatra. Ich weiß. Romatra, die haben oben alles aus Holz, Flammenwerfer und die scheiße oben abbrennen. Let's go. Trimax, was geht? Ah, Fostel, willkommen im Team. Hey, was haben wir mit meinem Meister gemacht? Hey. Wieso schläft der Admin hier? Weck den mal auf. Hallo? Du brauchst auch nicht, was der sich hier denkt. Kann man denn nicht... Der denkt Hotel jetzt auf einmal. Bring den mal oben. Ey, wir müssen uns... Dings. Wir müssen uns voll equippen. Hallo. Was ist passiert? Reapers, wir haben eine Base gefunden. Wir haben eine Base gefunden. Was? Okay. Waffen. Reapers, wir brauchen C4. Kannst du damit was anfangen? Ich werde nicht ernst genommen. Romatra ist gestorben. Wir haben eine Base gefunden, die direkt unmittelbar der Nähe ist. Die muss geradet werden. Oh, genau. Genau nochmal. Korre die Naht nochmal. Was war nie? Direkt verlassenen Hütten. Reapers, wir brauchen zwei oder vier C4. Wir brauchen C4, Reapers. Wir brauchen C4. Soll ich jetzt C4 machen, oder was? Ja, C4 brauchen wir. Wir brauchen zwei bis vier C4. Und, ey, Reapers, hast du nicht noch irgendwo einen Flammenwerfer? Zwei bis vier. Ja, eher am besten vier. Hast du nicht noch irgendwo einen Flammenwerfer, Reapers? Ich hab nirgends einen Flammenwerfer. Alles ist in den Waffenkissen. Oder Brandmunition. Dann können wir oben die Holzwände von dir wegknallen, weißt du? Reapers, warte, gib mir mal bitte den Klopf noch. Ja, der C kann noch machen. Ich brauch den Klopf. Ich brauch den Klopf. Wir schlafsäcke für euch. 100. Ja, damit wir da respawnen können. So macht man ein Base-Rate, Digga. Man setzt sich dann einen Respawn-Point. Ist doch klar, Digga. Ist doch klar, ist doch klar. Okay, ich hab jetzt gleich auch alles ready. Okay, lass uns warten, bis es Tag ist. Okay, es wird Tag. Jungs, wir müssen los. Komm mal. Nein, Max, es ist jetzt keine Zeit, nach oben zu gehen. Wir müssen jetzt los. Komm bitte, komm. Kommt mal bitte runter. Kommt mal bitte runter zu mir. Ich hab ganz kurz eine kleine Sache, die ich anmerken wollte, wie wir es am besten machen. Okay, Jungs, jalla. Wir haben nicht viel Zeit. Ich will nicht da sein, wenn es komplett Mittag ist, wenn die Sonne richtig hoch steht. Okay, passt auf. Hier in der Kiste, nehmt euch bitte alle jeweils einen Schlafsack raus, eine Kiste und Mais und Leitern, okay? Wir setzen unseren Respawn-Punkt mit einer Kiste. Ah, warte, ich muss doch Schlösser machen für die Kiste, damit da keiner dran geht. Dann setzen wir den Respawn-Punkt mit einer Sniper oder sowas, so würde ich jetzt machen, außerhalb der Base, damit da keiner dran kommt. Daneben stellen wir eine Kiste mit einer zweiten Backup-Waffe. Bei mir wird es ein Sniper sein, damit, falls man stirbt, man kann respawnen und von hinten immer noch weiter da mithelfen und attacken. Die haben oben komplett die ganze Base mit Holz. Also eigentlich wäre es geil, wenn wir 1-4 oben an die Holzwand bekommen und von da aus eindringen oder halt unten über die Steinwand gehen. Wichtig ist, dass auf jeden Fall der TC komplett kaputt geht. Das heißt, der komplette Schrank muss sterben, damit die da nicht ihre Base nochmal hinbauen. Die haben Romatra attackt, deshalb gibt es hier auf die Fresse. Wichtig, nehmt euch die Schlafsack, nehmt euch zu essen mit Mais und dann können wir eigentlich losgehen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir jetzt nicht gebase-rated werden. Hat jemand einen Schlafsack? Hat jeder einen Schlafsack? Einer hat noch keinen Schlafsack? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich hatte meine eigene Fotografie. Achso, okay. Gut, let's go. Passt auf, ey. Wir positionieren uns, Jungs, 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 ganz kurz. H29, oben auf dem Berg legen wir unsere Schlafsäcke. Wir sind OP. Ja, okay, darf ich kurz ausreden? H29, H29, oben auf dem Berg legen wir unsere Schlafsäcke ein bisschen voneinander weg, dass die nicht alle direkt finden. In Gebüsche platzieren mit den Kisten. Kiste danach abschließen, Schloss drauf. Ich lasse meine Sniper zum Beispiel da drin und noch ein bisschen Medic-Stuff, damit man, falls noch was ist, backpushen kann. Okay, lasst uns hier unten bei den Bäumen hier unsere Schlafsäcke positionieren. Hier ist ganz gut. Aber bitte voneinander ein bisschen entfernt, also nicht zu nah aneinander, okay? Ganz wichtig. Afostel, Afostel, du gehst vor. Afostel, du gehst vor und sagst uns, wo wir hin die C4 machen, okay? Erst die Base ausspionieren. Philipp, brauchst du Fernglas? Die Ecken oben sind aus Holz, nach wie vor. Max, geh hoch. Beide sind los. Beide sind los. Kontakt, Kontakt. Beide sind gut, sauber. Sie folgen, sie folgen, sie folgen. Alle in die Base, alle in die Base, bevor sie wiederkommen. C4, place C4, place C4. Come on. Verpoppist euch, weg mit euch. Hey, 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 hey. Jürgen, hey, 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 hey. Ah, mein Bein. What the fuck? Das ist genau da. Rein da, rein da. Hier, hier, hier. Hier ist Tür, hier ist Tür. Philipp, Philipp, Philipp. Philipp, hier. Hey, hey, hey. Hey, weg, weg, weg. Max, du stirbst. Weg da. Hopp. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Wieso geht hier alles in die Luft? Weiter, weiter. Nehmt euch nicht den Schatz. Rein, 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 rein. Nehmt alles fest. Das ist alles leer. Das ist alles leer? Ich dachte, das ist ein frutes Rippen. Das ist euch alles. Es ist alles leer. Das ist eine Falle. Alles raus aus dem TC nehmen. Alles raus aus dem TC nehmen. Alle Kisten. Sprengt das TC. Sprengt das TC. Sprengt das TC. TC sprengt. TC sprengt. Alles, alles, alles räubern. Alles räubern. Alles raus. Alles aus den Kisten nehmen. Alles aus den Kisten nehmen. Kommt her. Das ist ein Psycho. Das ist ein Psycho-Base. Alles aus den Kisten hier unten nehmen. Die sind ultra rich. Nein, haben wir nie gesagt. Alles aus den Kisten nehmen. Flakke, Schützke, entert. Let's go. Hier ist die Kisten. Flinkt aus den Kisten raus. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. TC zerstören. TC zerstören. TC zerstören. TC zerstören. Und dann raus. Die werden auch haben. Kann man das machen, um das TC kaputt zu machen? Denkt dann, wir müssen wieder rauskommen. Okay, nice. Sehr schön. Was ist bei einem Base, wenn hier einer pennt? Was ist mit dem Typen, der hier pennt? Was ist mit dem Typen, der hier pennt? Hier am Boden. Liegen lassen, liegen lassen. Haben wir ihn ausgeraubt? Nein. Aber ausrauben? Wir müssen halt wieder raus. Ich habe nur einen Trawny geplündet. Philipp, spreng hier vorne auf. Spreng hier raus. Spreng die Haupttür auf. Nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Rauchen wir nicht. Rauchen wir nicht. Weg, 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 weg. Schlafsäcke abbauen. Schlafsäcke abbauen, Schlafsäcke abbauen. Je nachdem, wo die sind. Ich habe eine Leiter. Warte, ich komme. Ich habe eine Leiter. Schlafsäcke abbauen. Gespielt, Max. Von Philipp, Apfostel braucht Hilfe. Da vorne rechts. Oh, mein Gott, was haben die alles? Haben zwei getötet. Haben zwei getötet. Komm her, komm her. Wo, 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 wo? Abbreiten. Oh, f***. Jungs, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Bei mir, bei mir, bei mir. Na, Digga, keine Munition mehr. Sehr geil, sehr geil. Alles ist looten nochmal. Alle sind tot, alles sind tot. Alle looten. Achtet drauf, dass die Waffen irgendwo am Boden liegen. Alles looten, Jungs, alles looten. Es liegen Waffen am Boden, nicht nur in den Bodies. Die liegen einfach lose rum. Nimm das mit. Wo ist meine AK? Hast du meine AK? Gib mir bitte meine AK. Ich habe eine AK, eine AK. Das ist meine? Hier, nimm mir. Ich habe die von denen genommen, keine Ahnung. Zurück in die Base, zurück in die Base. Zurück in die Base, kommt. Oh, mein Gott, Digga. Oh, mein Gott, Digga. Was für ein Raid. Was für ein geiler Raid, Leute. Holy freaking Poggers, Digga. Let's go. Geht weg, das sind so voll für die Nackte. Digga, guck mal. Geht weg, haut ab. Was ist das? Hilfe, Hilfe. Wacht das Tor zu. Wer seid ihr alle? Guck mal, hier laufen so ganz viele Weirdos rum. Geh weg am Strommasten. Hau ab. Digga, Reap, füße die an. Von wo, von wo, von wo? Muss von oben gekommen sein. Uns wird geschossen. 120. Hinter dem Hügel oder was? Ja, ja, ja. Hast du ihn gesehen? Äh, 100. Digga, das ist all the base krank. Wer ist das da oben, der We***er? Wer ist das? Ne, er läuft da noch, er läuft da noch. Digga, wer ist denn nackt mit einer Sniper? Wer ist denn so dumm? Wer ist denn nackt mit einer Sniper? Wer macht denn sowas Dummes? Das kann doch nur ein Idiot sein. Ich würde sagen, wenn es nicht bei uns im Team wäre, dann ist es Trimax. Mann, was wollen die denn alle hier, Digga? Das ist nicht Phantasialand. Geht nach Hause. Ihr dürft nicht in die Base rein. Ich schieße. Wer die Base betritt, wird abgeknallt. Ich würde es nicht probieren. Ich würde es nicht probieren. Hanky, fünf Sekunden, dann töten wir dich. Fünf, vier, drei, Hanna Games. Eins, Anno. Ich zeige dir. Ich weiß nicht, wie ich ein Helikopter fliege. Ich weiß, wie. Schießen wir die Wissenschaftler ab? Tun wir? Ja, ja, alle. Alle umbringen? Guck mal, wir halten gleich so 50 Meter davor an und snipen erstmal die zwei unteren Wachen weg und dann bewegen wir uns langsam vor. Ich habe keine Sniper dabei? Alles, was Sie sehen. Ja, okay. Ich habe keine Sniper dabei. Ich schon, passt schon. Der erste Schuss sitzt, der zweite Schuss sitzt. Romar, der schaut das Ganze aus der Ferne und fragt sich, warum machen wir das? Warum raiden wir hier einfach den armen BP-Konzern? Nur weil sie das Öl ins Meer schütten? Ich kann den nicht hitten. Oder ist der tot? Ist das ein Bug? Ich habe nicht. Der rechte? Ich habe gar nicht. Aua, ich schieße zurück. Sind die dumm? Digga, ich habe minus 32 Karten, ne? Warte, hier rechts um die Ecke irgendwo. Links jetzt. Bedien dich, Alter. Hey, okay. Was können wir jetzt hier machen? Die machen auch richtig Damage. Passt auf, ne? Achtet auf euer Leben. Einer down. Boah, ich habe jeden Headshot gegeben, Alter. So geil, ey. Noch einer down. Ich glaube, das war es, oder? Ne, 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 ne. Minusens zwei leben. Hab ihn unten. Mehr als zwei, mehr als zwei. Minimum drei. Rechts, 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 rechts. Rechts 200 hinter dem Wassertank. Und links an der Treppe direkt daneben. Nein, ganz hinten. Ganz hinten. Noch keinen. Hat Headshot. 200, 200. Ich habe noch neun Schuss. Ihr müsst ihn holen. Das haben wir zusammen. Achtung. Warte, 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 bitte. Okay, jetzt können wir. Let's go. Ja, guter Run, Jungs. Sehr schön. Gut gemacht. 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 Vielen Dank.